Und damit willkommen zurück zu Baldur's Gate 3. Jetzt sind wir hier auf der Mission, ähm, wer war das nochmal zu befreien? Irgendeinen von denen müssen wir jetzt befreien. Jetzt irgendwo eine... Ich müsste vielleicht nochmal nachschauen, ob wir da irgendwie ein Questmenü oder so haben, ob da Hinweise drauf finden. Ja, wo war denn das Questmenü? Gucken, verstecken einen aus. Dann schleicht die hier herum. Okay, wir sollten uns doch nicht verstecken. Wir sollten vielleicht hier mal gucken. Ich hoffe, ich renne hier nicht in irgendwas rein und dann... Der sieht wichtig aus. Können wir mit dem mal reden? Buggere weg! Du hast die Schläge! Sie rennen! Du bist tot! Aha. Du kriegst die Sklaven ab. Das will ich natürlich nicht. Und wer seid ihr denn? Wo finden wir diese Nähe? Okay, wir hatten einen richtigen Schädelknüppel. Okay, wir hatten einen richtigen Schädelknüppel. 4 bis 10 Schaden. 4 bis 10 Schaden. 4 bis 14 Schaden. 2 Hand Schwert. Jaaaa. Wäre schon sexy. Könnte ich meine Rapier auch mal zur Seite legen? Da können wir... Da können wir... Da können wir... Da können wir mehr Fähigkeiten. Können wir gebrauchen. 456, okay. Da müssen wir ein bisschen was hinlegen. Im besten mit dem Joe Gift. 8 Liter dafür gibt er dafür nur. Das ist aber ein bisschen... Das ist mir nicht wirklich wert. Schlichtes Gift. Liederstiefel. Waffen haben wir gerade nicht so richtig mit dabei. Der verkauft uns hier... Der kauft das hier alles unter Wert ab. Das ist wahrscheinlich mal klar. Der Kleiner will ich nicht verkaufen. Nächstens. Ich habe diese Schrift wohl noch nie gebraucht. Um ehrlich zu sein. Ich freue mich mit der Gnade. Ich freue mich mit der Gnade. Farach der Rückzug. Dann werde ich vielleicht irgendwann beruhigen. aber wenn es den Zwergen jetzt Schrift von einem Freund verkauft, das wird mir irgendwann, ich stelle vor, wir müssen auch irgendwann gegen die kämpfen. Und ein Zwerngelicht, ich gebe die viel dafür, das zu mir zu kriegen, ich weiß nicht. Ich kann den Rest vielleicht so bezahlen. Am Ende heißt es, wir sollen die frei kaufen und dann haben wir nicht mehr genug Geld dabei. Ja, Schrift von der Unsichtbarkeit. Wir sehen die Fehlungen. Das ist wertvoll, wie können sie es nicht benutzen, keine Ahnung wie, dann lerne ich vielleicht noch irgendwann. Ich glaube, das brauchen wir nicht mehr wirklich, oder? Dann können wir das abgeben. Das bringt jetzt auch nicht so viel. Die Verkleidung werden wir bestimmt noch brauchen. Und sprechen Sie mit den Tieren. Einen nehme ich mir dann einfach noch zurück. Also in die Zelle, wo ich mit den Tieren sprechen. Ich hoffe, es ist 2 wert und er nicht mehr verstehe. Dann können wir 56 davon vielleicht geben. Dann können wir 56 davon vielleicht geben. Ich bin schon immer wieder zurück. Ich bin auch hier, Chris. Ich habe den Ruhm zu verholen. Ich habe den Ruhm zu verholfen. Ich habe den Ruhm zu verholen. Jetzt habe ich den Ruhm zu verfolgen. Ich habe den Sklavenhandel geführt. Mit dem Clarke, das skulle ich nehme. Jetzt hast du du eine근ige. Jungs mit zwei Jahren Schwert. Jetzt können wir es wahrscheinlich nicht benutzen. Oh Gott. Wir haben mit Kriegshoff und einem Großschwert. Ja, dachte ich mir. Aber behalten sollten wir es auf jeden Fall. Vielleicht kann es ja anders gebrauchen. Ich hoffe, das ist nur wegen dem Licht jetzt hier unten. 5 bis 14 Schaden, die nimmt ihren Hand, die behält ihren Hammer. Sie wird damit geübt, aber geaxt. 5 bis 21 Schaden. 6 bis 16 Schaden ist schon, wird zu sehr ein Don't wait. Und es kann schon zacken. Und dann kriegst du auf einen Ungelübt. Okay, vielleicht finden wir noch irgendwann mal wen anders, der es gebrauchen kann. Verdammt. Und wir leveln uns mal mitwarten. Ich hatte Hoffnung. Woher kommen wir hier irgendwo hoch? Oder wo kommen wir jetzt zu dem? So, wo kommen wir jetzt zu der Madame, die wir suchen. Ja, sie läuft nur aus der Kugel hinterher, die uns. Die uns watcht. Versuchen die Präsenz zu erreichen, das Organ stupsen, welche in den Winkeln des Organen greifen. Wenn wir irgendwo mal alleine sind, können wir das mal machen. Ich werde die Präsenz zu erreichen, wenn du nicht beweist, dann besser hoffen, das ist das Schlimmste. Franchi-Barrerin, ja, du seid für die Riss des Einsturzes. Äh, wie kannst du mal? Du bist doch hier... Das zerberst du. Möglichst die anderen nicht beschädigen. mit ihren Schalen und ihren Sklavenbeschädigenden, das finde ich bestimmt nicht so gut. Das hat nicht so viel gebracht. Was ist mit Zeiler Steinzerstörung? Ich gehe nun gegen die Schiebschade. Jetzt müssen wir irgendwas aus dem Weg bekommen. Kriegen wir das nicht weg. Ich gehe nicht weg. Ich gehe nicht weg. Ein effizienter Weg. Was macht das Auge? Was macht die Hand? Also wir können die Hand stören. Wir können damit den Endsturz. Hier stirbt die Hand. Und das geht auch für die Nobise. Wir sind nach vorne. Gut, ähm. Better not be cursed. Back on your feet. Oder wir können uns auf jeden Fall einsetzen. Als Sie näheren der Rubble, eine Fragmente-Volge schlägt auf Ihre Geist. Eine wirkliche Hand. Eine wirkliche Hand. Eine wirkliche Hand. Endlich. Du musst die Rubble entfernen. Füße. Expedition. Passage trapped. Gnomes useless. Don't trust Berks. Get. Me. Out. Ich hab ihn. Du hast die Neer's eyes wie ein Blur. Du hast nur ein bisschen Rubble. Und wenige Figuren. Ich muss das mal ausnahmsweise modulieren. Drei. Du musst nicht verarschen. Gescheitert. Oh Mann. Ehm. A Neid für fünf. Das muss doch irgendwie... Zwölf. So nehmlich. Die Blur. Die Blur. Resolves into an image. Two gnomes feverishly removing debris. While two others lie dead at Neer's feet. Their flesh scorched by powerful magic. You sensed Neer's frustration tinged with rage. As the connection fades. Hm. Resistence. Gateresistenz. Psychische Resistenz. Luftresistenz. Gleisend Resistenz. Gleisend Resistenz. Äh. Wir können auch abholen. Das schaffen wir nicht. Äh. Puh. Wir wollen irgendwas. Explosives. Haben wir irgendeine Bombe dabei? Oder so. Explosivtrank. Oder. Färbemirchen. Schmeister. Irgendwann. Explosivtrank. Zulge. Irgendwann. Explosivtrank. Feuerball. Puh. Nicht wirklich. Oder. Explosives können wir nicht wirklich. Das wäre so meine Idee, mal hier wenn wir ein bisschen Sprengstoff finden und das Ding in die Luft sprengen. Haben die Zwerge nicht hier irgendwo Sprengstoff? Das muss doch irgendwie... Was soll denn diese tun? Du schreit! Ja... Hat hier jemand Sprengstoff oder so? Was ist da hergekommen? Ich finde, wir hier irgendwo Sprengstoff... Steinmetz, vielleicht weiß der was... Wie gut. Schmutzig, schmutzig, schmutzig... Es sind ein Zeichen, muss man sein. Ein Sun-Dweller in diesen Teilen. Schau mal hier, mein Top-Side-Friend. Ich brauche frische Augen. Und ich wüsste, dass ich frischer finde. Okay, was soll ich mir anschauen, was mache ich hier genau in Konnig Willkommen? Sehr selten im Unterreich. Es ist so schwer wie ein Schindel-Rinn, du sagst. Aber ich habe keine Wunschung für schlafen. Ich prefer Chisel zu Cain. Aber diese Lerned-Eyes haben ihre Grenzen. Und so muss ich dich schmerzhaft beobachten. Ich freue mich beim... Ich schwieze die SchYourpläne. Ich freue mich, Five. Ich hoffe, dass du die Wahrheit will, wo ich nicht kann. Die Kugel, die Kugel, alles, wenn ich so kalt bin, schau mir, erzähl mir was du siehst und schichende Stato, Technik und Komposition untersuchen, Nachforschung der untergefallenen Trümmer untersuchen, vor allem das Gebiet, auch versteckte Kuriosität untersuchen, Barde, seine Erinnerungen an folianten Farben, grümmiger Schmiedung und Wachrütteln, mal enttäuschen, ich weiß alles über diesen Ort, tatsächlich wurde er von einem Flumpf namens Grün angeschmiedet, ich würde das mal versuchen, Nice, net 20 Was denkst du? ähm, Geschichte wiedergegeben an, wie du dich von der Lektion annahst, ja. Okay. Es ist nicht zu viel Sprengstoff, was wir bekommen haben, ich muss es zu kommen, ja, ich habe ein bisschen mehr Sprengstoff. Feiert das Feuer aus. Ich sehe die Feuer-Resistenz. Dann des Gedankenlesens, des logischen Sprungs. Soviel hat er nicht. Hm, hm. Ich sehe die Feuer-Resistenz. Die most interesting Secrets are always lurking just under the surface. Mit Tieren sprechen. Ich habe seinen Namen gehört. Der Rock schiebert aus dem Sound. Der Ketheric Thorn. Ketheric Thorn, ein freundlicher Name. Halsim hat seinen Sturm gegründet, tief unter dem Boden. Männst du Kethil Turm, den Kommandanten des Dunkelmustiziawer? Männst du Elf. Kloakt in darkness. Ten masters ago. And ten more. But I remember. There was the work. And the blood. There was the Thorn's army. There was the Hellgeast. That broke them. The Ketheric Thorn's name faded into stone. Until the near came. Hm hm. The impression of the story. How old are you now? Because the Hellgeast can't get rid of Ketheric's army. I don't know what to do with Ketheric. I know not. So I say not. Yet I hear his name again. Said. By the shadows. I outlived my mother. And her mother's mother. And many mothers beyond. Blessed to see many live. Cursed to see many die. And I saw Tusks and flesh. Smelled. Fire. And eggs. It came with the masked men. Crashing. And smashing. Interesting. Thank you for this conversation. Okay. What do we have here? Ah. He goes back. Kala? No. Blending absolutely zerstorendes Stehauge. Vielleicht können wir... Ahh. Die Hand kann man nicht mehr benutzen. Verdammt. Bleibt demmerduz. das muss doch sehr schön oh shit enttäuschen ich würde helfen leider kam nicht zu spät entschüchtern würde jemanden auswarten den ihr des modus fehl fähig heitet oder Zeugen seht ihr vielleicht Blut in den Händen ich bin eine unschulde Zeugin na komm mit 6 wirst du mich verarschen das ist doch nie was fantastisch 19 puh du bist frei zu gehen diese Zeit aber nächste Zeit wirst du nicht so glücklich sein ok jetzt haben wir die blöden Augen los vielleicht können wir hier mal hoch vielleicht finden wir irgendwo Sprengstoff zwangreich ist noch weit die Zwege werden noch in den Minen irgendwo Sprengstoff haben das würde mich sehr wundern und wenn nicht und dahin da kenne ich jemanden der sich über dieses Geschenk freuen wird oder auch nicht wie sieht das oder das ist die zart sagten haben we kämpfen wollen das können wir auf jeden fall gut das war jetzt die 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 ich hab schon wieder ihren namen vergessen ich bekomme hier davon berichten wo wir im lager sind Schar ist immer besser tot als lebendig. Ihre Mörder haben sich mit einer mächtigen Güter gelegt und wir sollten nicht hierbleiben. Aha. Ich glaube, das war ... Das werde ich bitte nicht begegnen. Eigentlich tut mir. Hier ist ein Schlafplatz. Nicht schlecht. Okay, wo geht es hier lang? Ich weiß nicht, durch das Unterricht ... Ja, da müssen wir später hin. Hm ... Ich glaube, ich würde es mir hier weiter ... ... wenn es vielleicht ungefährlich werden könnte. Sie ist zu weit entfernt. Hier kommt, Leute. Wir kommen da nie wieder zurück, wahrscheinlich. Ich habe schon so eine Vermutung, was wir hier haben. Oh Gott. Haha. Ich hoffe, meine Vermutung gibt mich an. Na komm bitte. Nice. Geöffnet. Okay. Ich hatte nicht recht. Die echte Blitzini ... Blitzi Funke Wand ... Blitz Aura ... Okay. Okay. Interessant. Ein Schild. Eine Blitz Aura. Ich habe ein bisschen Verteidigung, aber ... Also wer am meisten Verteidigung braucht, ist er hier. Und das passt so zu ihm. Sehr schön. Sehr schön. Wir haben hier eine Hast-Sprung-Granat. Explodiert zu einer bliebenden Energie. Das könnten wir vielleicht versuchen. Auf die Wand. Könnte vielleicht keine so schlechte Idee sein. Das ist eine Granate. Ich weiß nicht, ob das ... Eine Granate müsste ich dann logischerweise ... Das könnte klappen. Dann sollten wir gleich ins Lager zurück und ... ... Schattenherz mal berichten, was wir gesehen haben. Die wird sich wahrscheinlich nicht drüber freuen. Ist nur so eine Vermutung von mir. Die würdest du wahrscheinlich auch nicht gerne tragen wollen. Okay. Dann gehen wir mal hier entlang. Okay. Da drüben ist dann wieder die ... ... die Wand. Und ... Ach, Karnach ist noch da hinten. Sag mal. Das ist doch hier nicht. Wo war die jetzt denn jetzt? Wir könnten springen oder was? ähm sind die anderen wahrscheinlich wieder unterwegs und da kommt die anderen sind wieder fähend ich fühle sich direkt noch hier lang hier waren wir nicht lang hier waren wir oder nicht da waren wir wieder am hafen ich versuche mal was da müssen ein bisschen zu treten Vorsicht Gnome geht mal alle hier ein bisschen ein bisschen zurück die bleibt mal schön gestehen ich werde mal hier ein bisschen nach vorne gehen wenn das klappt müssen wir schnell reagieren nein weg da doch mal her ok werfen das funktionieren das hat ja sehr gut sehr gut geklappt was zum gärmen können wir mit irgendjemandem reden das ist eine bank riecht ja wieder ruster ritter das geht zurück zum strand und war denn das jetzt noch mit dem wir werden wir werden die quests finden Herbstprodukte, Worte, Tagebuch Ah, hier haben wir die Quests Reise durch Unterreich, Rechte Türme des Mondaufgangs durch die Grünschmiede Wir haben erfahren, dass die absolute Agenten zur Grünschmiede geschickt hat Es muss einen Verbindungsweg zwischen der Grünschmiede und dem Mondaufgang geben Und wenn wir was riskieren und einfach losgehen Das könnte eine dumme Idee sein Die Zwerge haben uns schon verraten Dass wir da nicht ohne weiteres lange kommen Dass wir dafür die Mondlaterne bräuchten Und was wissen schon die Zwerge Das müssen wir nicht Das müssen wir einfach aufbrechen Und wie gibt es noch Sachen zu erkunden Wir haben schon etwas anderes geschafft Ich sehe gerade nicht wirklich eine Alternative Letzten Ich glaube, du suchst dich zuerst. Diese Scheiße haben nichts an ihnen, aber Röcke. Röcke! Gut, dann wollen wir sie untersuchen. Und das ist doch mal ein schlechter Witz. Die haben nur Steine. Nichts da. Keine wertvolle Artifaktor, die wir brauchen könnten. Sprengstoff oder so. Dann geht's, Kind. Lern die Hand oder weg. Gut für etwas, nachher alles. Gut, dann können wir sie nicht. Nichts. Nur was geht dabei. Nur die jetzt alle. Obwohl ich da nichts wahrgenommen habe. Mehr viel haben die wirklich nicht. Nichts. Genau. ist es pergült au Machen wir mal ein bisschen Gnome schubsen. Ich meine mit den Gnome habe ich jetzt wirklich kein Mitleid. Nachdem die mich so angegriffen haben unten Zweigescheine aufkommen die Gegend hier zu sein. Autsch. Als Niemann oder. Ich kann das sich ein bisschen austoben. Nicht dorthin. Wir verdienen uns hier mal als Tato Trainiger. Oh. 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 Mhm. Interessantes buch. Wo man hier Springstoff findet und andere hilfere Tipps. Na komm Ach komm, keiner Das kennst du besser Was passiert eigentlich wenn wir in der Taschendiebstahl können wir nicht Wir haben keinen Taschendiebstahl Wir brauchen diesen näheren Mann zu bekommen oder diese Gnome sind fertig Komm, komm Ich glaube das ist keine Idee ohne die Nähe Ja Und weg zu gehen Aber da gibt es irgendwie einen Weg dort Sprechstoff wäre es aber Oh 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 Aber deine Kopfschmerzen immer mit seiner Angst und Angst. Wenn jemand mit uns reden... Er wird erst mal mit Schattenherz reden. Ähm Schattenherz, was meinst du denn dir zu... Eine Kanadische Regierung. Können wir das nicht geben oder so? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ausrüsten wollen wir es eigentlich nicht. Jack des Wohlwollens, Handschuh des Geschosswands, Stiefel des Streitens. Muss man merken, falls wir das dann jetzt... Okay, das wollte ich nicht. Hm, das ist ja was für Schattenherz. Level 13 Rüstung. Was würden wir das mal ihr geben? Geflankte Plattenrüstung. Ich bin jetzt in der Level 14, dann stufen wir sie wieder herab. Das wäre zu... ja, ne. Wir packen es mal in ihr Inventar. Wir streiten die sich ja dann irgendwann wieder. Ich habe die feste Montereich gefunden, wie ihr erwähnt hattet, die hier fährt... die grünen Schmiedern. Es war sicher... Impressiv. Die meisten würden die mehr Gedanken so weit in die Unterdark. Was hast du gefunden? Ein Hänger der absoluten, aber mehr nichts. Gefahr. Sicher, dass dies der beste Weg nach Mond aufgehen ist. Ich habe ein Weg bevor man weiß, dass es der richtige ist. Hm. Hm. Also wir sollten diese... Wir sollten das irgendwie hinbekommen, die zu befreien. Diese Mondaufgangsthene, diese Mond... Ich habe gesagt, sie brauchen wir schon irgendwie... Okay. Wir gehen ziemlich gut hin. Achso. Dieser wahre Seulnir ist hinter einem Rockfall, ist er? Entschuldige mich, wenn ich ihn nicht in Ordnung bin, um ihn rauszumachen zu gehen. Das ist schon ein Punkt. Aber wir brauchen das, was dahinter ist. Wir brauchen... Sie hat angeblich eine Mondlaterne. Sie sollen uns angeblich helfen. Um um ihnen klar zu kommen. Speak. Hm hm. Sie wollen nicht reden? Was sagt denn die... Was sagt denn die... Hm. Es hat mal das schon... Tja... Was sagt denn das Tarion dazu? Tja... Was sagt denn das Tarion dazu? Gute Frage. Die meisten sagen, wir sollen sie sterben lassen. Wir können ihn doch einfach sterben lassen. Wir können ihn doch einfach sterben lassen. Oder ihn. Wir sollten das auch nicht tun. Wir sind auch nur für die Gnome. Wir sind fest beschäftigt. Wir können nicht denen stehen bleiben, denen wir begegnen. Nein. Oh nein. Ich glaube, das wäre schon eine Klugentscheidung, uns nicht sterben zu lassen. Aber... Wie? Wie? Wo wird sie die Nacht noch aushalten? Ah. 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 Ah! Ah... Ah. Automatspeichern erfolgreich, irgendwie. Und vielleicht irgendwas in die Truhe, Reisetruhe. Und die Sprichstoffdämonen. Sklavdurchverstand. Hm. Na dann. Wenn du eh gerade schon gestorben bist, dann können wir uns auf den Weg machen, aber... Tja... Sie haben hier wirklich keinen Sprichstoff dabei, oder? Ja. 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 Ich will jetzt wirklich keine Nummer retten, aber auch. Unsere Freund Philemin, sie ist ein Sapper, setzte ein Blast und fuhr aus. Wir setzten einen Platz, um zu schiehen, dass jemand von Träumen ist. Ich markiere deine Map. Wenn Philemin es geschafft hat, dann findest du sie dort. Sie hat das, was die Tunnel zu brechen, um die Veldron und das andere rauszuholen. Ich habe keine Worte für diese Schläge. Aber Explosive sind so körperlich. Diese könnten es sinnvoll sein. Please, please don't hurt my Philemin, I beg you. Hurry, our people won't last in that cave-in forever. Okay, das klingt gut. Befrei die Tiefenblume. Naja, ich weiß nicht. Ne, ich spreche auf, geht zum versteckte Tiefenblume. Hier in dem Bereich, oder was? Ne, ne. So, wie weiter, dass wir sind, ja, wie? Die, eventuell hier oben lang, aber hier oben getan haben wir es schon versucht. Versuchen wir mal den Weg. Vielleicht finden wir ihn. Nachdem wir hier in die Sympathie zu mich viel auch schnell ungeirrt sind. Vielleicht treffen wir ja auch noch hier auf den Göttern von... ... von Schattenherz. Aha, hier waren wir tatsächlich noch nicht. Und jetzt... ... von Schattenherz. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich hab meinen Kahn und schreffen diese Drogeninbeisten in eine Formel. Das Wurzeln braucht eine Befreiung. Und meine Befreiung ist auf eine Arschwisker. Ich kann es versuchen. Ich lege hinter den Trümmern, du belastest mir, ich zeige dir in Ordnung, weil ich das sagen kann, ich kenne diese Tiere gut, ihr solltet ihnen doch noch in der Abbreitung mit dem Stock verpassen, und würdet mich verraschen, dann nur zu. Ich will mich mit den Zwergen nicht anlegen. Nichts mehr! Nicht mehr! Nicht mehr Arbeit! Nicht mehr Arbeit! Was hat sich so erschreckt? Atmen, konzentriere dich, sonst würden dich die Herren der Herde um Gottes Geboren zu dienen, was man dir gesagt hat. So bei Tschutbeck, dass deiner gutfreien Lauf über Rache und für deinen Schmerz aber greifen nur die Herren an. Ja, sie haben die Schmerz gemacht. Jetzt haben sie sie gefeiert. Ach du Scheiße Mann, sonst habe ich die Stiere auf meiner Seite. Ich wollte sie nicht die Zwerge bekämpfen. Tolle Scheiße. Vielleicht können sie uns helfen, vielleicht ist eine Alternative, die Sache aus dem Weg zu räumen. Weil wir mit den Freunden sind. P-Schlag, geil. Wir sind schon sehr stark. Und wir müssen uns angreifen, so ein blauer Marsch. Das war nicht schlecht. Ein Bonuszug. Das war nicht ganz so gut. Das haben uns alle getroffen. Aber er ist fast im Eimer. Sie wurden es nicht erreichbar. Steht noch ein bisschen weit hinten. Da soll man aber recht sein. Fehlschlaf. Füttertreffer. Ich glaube, das kriegen die anderen Zwerge hier nicht mit. Wir sind weit genug hinten. Das werden wir da auch gegen uns haben. Auf den Kopf gehauen. Doppelangriff. Trefferangriff. Fliefferangriff. 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 F fantasy. Fliefferangriff. Ich glaube, sie schubsen. Schade. Braucht jemand Heilung? Nö. Na dann. Oh Gott, nein. Ich greife ihn hier an. Ich fache ihn hier nicht. Ich bin mir leid. Sie guckt nicht erreichbar. Na gut. Oh, er hat geschubst. Haben wir geschafft? Duergar kann nicht mehr schütten. Wir warten, bis es sicher ist, zu gehen. Du hast mir geholfen. Ich helfe dir. Ich helfe dir. Leito ist doch sehr gut, wenn wir die Freunde haben. Ich sage mal, kannst du uns vielleicht auch da vorne noch helfen? Wollte unserem Team beitreten? Jeder ist weg. Gut. Wir bleiben hier, bis es sicher ist, zu gehen. Wo könnten sie gebrauchen? Wir bleiben hier. Wir bleiben hier. Wir bleiben hier. Wir bleiben hier. Oh, ein Knochen im Skelett. Und ich sehe gerade, auf dem Timer. Die Fahrtlänge ist da erreicht. Aber hier scheint es gleich weiter zu gehen. Da kommen wir zu einem Gebiet, wo es weiter geht. Vielleicht können wir hier dann nur über die Brücke und da dem Verstecktiefungen näher kommen. Dann fremden wir doch noch die Seele. Die wahre Seele. Auch wenn das wahrscheinlich ein böser Weg ist. Ja, werden wir im nächsten Part sehen. War heute ein bisschen ungere hier. Und wir haben uns mit ein paar Tieren angefreundet. Also, naja. Mal sehen, wie es beim nächsten Mal heute geht. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Punkt. Auf Wiedersehen. Tschau. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020